So, jetzt hat Hendrik einen Fisch an der Leine mit der Route von Sebastian. Anscheinend ist es doch die Fliege am Ende der Leine, die den Fisch bringt. Sebastian hat jetzt ruckzuck hintereinander sein Kontingent gefangen. Und jetzt hat Hendrik einen drauf. Ja, da kannst du ja jetzt einen Routenverleih aufmachen mit der Fliege dran, ne? Kann ich die Route für eine halbe Stunde haben, 10 Euro? Gleich beim ersten Wurf. Pisch. Jo, Petri, die hat ja 40, wa?